Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Mein Name ist Josef Oberganschnig. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Ecobono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktien- und Angrösschenschlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. In diesem Podcast geht es um Jugendarbeitslosigkeit. Als arbeitslos in diesem Segment werden jene 15- bis 24-jährigen Menschen bezeichnet, die aktiv auf Jobsuche sind und einfach keinen finden. Im OECD-Schnitt sind gegenwärtig 10,5 Prozent der Jugendlichen nicht in der Lage, einen Job zu finden. Das heißt, jeder Zehnte der Altersklasse 15 bis 24 Jahre. Im Vergleich dazu ist die Arbeitslosenrate der 25 bis 74-Jährigen, also all jener, die sich bereits im Job-Motor befinden, mit 4 Prozent deutlich geringer. Wenn man sich das Ganze anschaut, ist in nahezu allen Ländern die Jugendarbeitslosigkeit deutlich über jener der älteren Bevölkerungsschicht zu finden. Am geringsten ausgeprägt ist das in Japan. Japan weist eine Arbeitslosenrate von 2,6 Prozent der 25 bis 74-Jährigen aus, beziehungsweise 3,8 Prozent der 15 bis 24-Jährigen. Spannend finde ich vor allem auch den Gap zwischen Österreich und Deutschland. In Deutschland liegt die Arbeitslosenrate der 25 bis 74-Jährigen laut Einschätzung der OECD bei 2,6 Prozent. Im Bereich der 15 bis 24-Jährigen mit 5,6 Prozent mehr als doppelt so hoch. Und wenn man das vergleicht in Österreich, Österreich hat eine Jugendarbeitslosenrate von 11,6 Prozent. Das heißt, es ist mehr als doppelt so hoch im Vergleich zu Deutschland. Und im Bereich der klassischen Arbeitslosenrate, also sprich der 25 bis 74-Jährigen, liegt sie bei 4,9 Prozent. Am größten ist der Gap, also zwischen der Jugendarbeitslosigkeit und der Arbeitslosigkeit der etwas älteren Menschen gegenwärtig in Costa Rica. Während 25 bis 74-Jährige eine Arbeitslosenrate von 7 Prozent aufweisen, liegt die Jugendarbeitslosenrate nahezu viermal so hoch, bei unglaublichen 27,2 Prozent. Das bedeutet, dass mehr als jeder vierte Jugendliche, der aktiv einen Job sucht, wir einfach keinen findet. Besonders hoch ist die Jugendarbeitslosenrate in OECD-Ländern, auch in Spanien, also mit 27 Prozent, in Griechenland mit 23 Prozent, in Italien mit 22 Prozent oder auch in Chile mit 20,9 Prozent. Damit weisen fünf OECD-Länder eine höhere Jugendarbeitslosigkeit als 20 Prozent auf. Und das Ganze führt dann immer zu gesellschaftlichen Diskussionen und zu einem Diskurs darüber, wie kann man junge Menschen in einem Land behalten, wenn ich jung bin und arbeitswillig bin, vielleicht auch gut ausgebildet bin, sei es als Facharbeiter oder eben auch in Form einer schulischen oder universitären Bildung, dann will ich irgendwann mal ins Jobleben starten. Und wenn ich in meinem Plan keine Möglichkeit bekomme, wirklich aktiv zu werden und ins Erwerbsleben einzutreten, werde ich mein Glück irgendwann einmal woanders suchen. Das führt dann zu einem sogenannten Braintrain. Das heißt, dass eben gut ausgebildete Menschen in jungen Jahren das eigene Land verlassen, gerade in der ersten Euro-Krise vor etwas mehr als zehn Jahren haben die sogenannten PIX-Staaten, also Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien, das schon einmal erlebt, dass einfach gut ausgebildete Jugendliche dem Land im Rücken gekehrt haben. Das ist natürlich volkswirtschaftlich ein super GAU. Im ersten Schritt wird eben viel Geld investiert, um eben die Ausbildung der jungen Menschen mitzufinanzieren. Und dann, wenn man irgendwann einmal ins Erwerbsleben eintritt und wenn man aus staatlicher Sicht einmal Steuern bekommt in Form von Lohn- und Einkommensteuern oder auch in Form von Umsatzsteuern, also sprich auf Produkte, die dann eben mit dem Gehalt verkauft werden, dann werden eben diese Steuern im Ausland und nicht mehr im eigenen Land bezahlt. Machen wir jetzt noch einen Vergleich mit anderen Ländern. Spannend finde ich auch, wenn wir uns die G7-Staaten ansehen. Das heißt, im G7-Schnitt liegt die Jugendarbeitslosenrate bei 8,7 Prozent. Das ist etwas unter dem OECD-Schnitt von knapp über 10 Prozent. Besonders spannend finde ich ein Land, und zwar China, als der große Wachstumsmotor und Treiber. Das heißt, in China sind 21,3 Prozent der Jugendlichen ebenfalls arbeitslos. Das heißt, die suchen einen Job und können eben keinen finden. Und das ist schon etwas, was mich persönlich sehr überrascht. Kommen wir abschließend noch zu den einzelnen Geschlechtern. Grundsätzlich ist so, dass die Jugendarbeitslosigkeit unter jungen Mengen deutlich ausgeprägter ist als die Jugendarbeitslosigkeit bei jungen Frauen. Das heißt, über alle Altersgruppen hinweg gibt es da durchaus Divergenzen zu beobachten. Besonders ausgeprägt ist die Differenz zwischen der Jugendarbeitslosigkeit bei Männern und Frauen in der Slowakei. Während in der Slowakei 21,3 Prozent der jungen Männer arbeitslos sind, stehen demgegenüber unter Anführungszeichen nur 14,4 Prozent der jungen Frauen. Spannend finde ich aber auch, dass wohlhabende Länder wie Finnland eine große Divergenz aufweisen. 19,2 Prozent der jungen Finnen sind arbeitslos. Demgegenüber stehen 12,5 Prozent der jungen finnischen Frauen. Und auch UK mit 14,1 versus 8,3 oder beispielsweise auch Island mit 9 beziehungsweise 5,5 Prozent weisen hier eine doch deutlich große Divergenz auf. Es wird für uns alle wichtig sein, das Thema Jugendarbeitslosigkeit in den Griff zu bekommen. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten ist es für junge Menschen extrem schwierig in den Jobmarkt Fuß zu fassen. Uns muss aber allen auch bewusst sein, das heißt, wenn wir die Chance sehr für tun, die jungen, gut ausgebildeten und motivierten Menschen bei uns im Land zu behalten oder Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie bei uns bleiben können, werden sie über kurz oder lang das Weite suchen. Und das wäre für uns langfristig mit erheblichen Nachteilen verbunden. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio Business Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio Business Chart. Servus und Baba.